Okay, jetzt habe ich drei Karten, die da gut reinpassen. Ich glaube, ich nehme die. Ja, sie landen als Haustiere. Warum nicht? Okay, Herbert ist wieder da, Penne in Mülltannen, Nintendo 64, Selbstverdattentäter, Selbstverdattentäter zu zünden. Okay. Das ist gut. Danke. Ja, wir zünden die Selbstverdattentäter. Ja. Ja. das war das schon wieder dabei aber das ist eine blank das ist alles so gut ernsthaft das fahrrad ist gut ja aber von hab hier kann man kann man hier nicht benutzen ist voll gemein ich werde mich sofort ich bin froh dass ich nicht dran dass ich nur karte aber ich hätte auch absolut nicht ich versuche es einfach mal mit dem vielleicht klappt es ja ich bin schwanke gerade zwischen zwei obdachlosen kämpfer die hütchenspiele die hütchenspiele hat man den boss verwirren kann damit drückt bladdy in einem spannenden atlosenkampf auf den zweiten platz vor jetzt habe ich das gefühl irgendwie mein ziel ist wieder hitler was seehofer ist drin ok das ist schwierig meine stopp stopp hey horst seehofer wie sagst du eigentlich fast immer du diese karte weiß ich nicht jetzt hätte horst seehofer auch wieder gepasst das ist so makaber das kriegt den punkt das krittet jetzt meinst du ja ich hoffe zum aufschrauben aufschrauben die mörloks und clowns kostümen ja irgendwie passt das jetzt schon wieder ja ja okay 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 die vorletzte ist ein bisschen creepy alter was machst du bei der unterhose ist schon ein bisschen schwierig okay die letzte ist schon nicht schlecht warte wer ist in welcher unterhose achso mal schauen das wäre vielleicht sogar ein folgen titel wert wenn treffen wir denn in der vergangenheit oder in der zukunft ist ja egal okay okay die volksfreund von judea ist schon mal gut bloody schutzschweißer nachdem ich lieber cocktails trinken wollte mecha hitler okay und arz okay ich schwank grad zwischen der volksfreund von judea und mecha hitler oh mecha hitler aber wenn die beiden aufeinandertreffen würden wer würde da gewinnen hm volksfreund von judea versus mecha hitler demnächst im kino mecha hitler hat schon zu oft gewonnen den kriegt jetzt einfach mal die volksfreund von judea oh und es war ne blank card du musstest du bei mir legen okay ich hab noch ne blank oh ich könnt den vom letzten was man braucht ich hätte die milchmäuse von aldi schon wieder aber die hatten wir letztes mal schon oh alter zieht was ich denn für nie gesehen habe ok zeit ein paar karten loszuwerden nehmen wir einfach mal das hier das hier und das hier zu scheiß hat meine luke für mich Wie immer auf Steuerung und Mausrad Steuerung und Mausrad ist immer gut Aber dieser Check 24 Werbung finde ich auch zum Kotzen Ich habe mich lange nicht mehr gesehen, ich hoffe, dass die mittlerweile tot ist Die suchen wahrscheinlich nach dem neuen Werbespot oder so Ich bringe einfach nochmal den alten und nenne sich jetzt Check 25 Check 25 Hey, Exit ist doch eine Idee für eine neue Karte, die Check 25 Werbung Warte nicht noch Sohn Du hast vielleicht eine Bombenstimmung, ne? Ja Mit dir war es schlecht Er sorgt vor allem immer für eine Bombenstimmung Ja Nein, ich hätte jetzt Leichenschinden nehmen sollen Ich dachte mir, das kommt drauf selber Nein, das Leichenschinden da steht ja was mit den Leichen Ich habe eine geheime Leidenschaft für Guljons charmante Warnungen, das wusste ich noch gar nicht Welche war von dir? Hm? Beno? Welche von mir war? Ja Die eine völlig unwitzige Karte, die vielleicht irgendwie den miesen Punktestand rettet Ich hatte Gunlauf den Braun Nein! Scheiße, du bist Katzer Ah Ja Wer mich jetzt gut kennt, weiß, womit er hier ziehen kann Ja Zwei Trollen hätte zwar besser gezogen, aber Admirail geht noch genauso Und wieso nicht Glurak? Weil ich Admirail lieber mag als Glurak Ich hatte Ottero noch auf der Hand Du bist scheiße Ottero hätte den noch gewonnen Ja, ich habe aber im Zwischenblick gesehen, dass du es bist Das wäre ein geschenkter Punkt gewesen Mhm Ja, Wiederholungen vom Holocaust wären jetzt witzig Ja Die ersten vier sind alle super Was ist an Zyklon B für uns? Was ist an Zyklon B für uns? Was ist an Zyklon B für uns? Was ist das überhaupt, Zyklon B? Ähm A ist das Denken Was ist das? Es ist ein Pestizid Okay Ich bin unbesiegbar Ich habe... Und die Macht von... Okay War das Grayskull oder so? Die Macht von Grayskull würde am Schluss reinpassen, auf jeden Fall Ähm Okay Könnte... Nimmst du das noch auf? Ja, ich nehme noch auf Ich müsste gleich mal telefonieren Ich würde dann eine Weile wahrscheinlich Krasse Ich bin natürlich mit Jo Dass ihr Bescheid wisst Jojo Okay Okay. Hmm. 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 Tja, Ostdeutsche. Wieso das denn? Was machen wir denn da jetzt rein? Ach, machen wir es einfach mal so. Crow ist Katzer, das kann gar nicht so schief gehen. Dachtest du? Also denkst du? Aber da kann mehr schief gehen, als bei dem Einmarsch in Russland. Ja, bei Chrissy geht generell mehr schief, als bei der Invasion von Russland. Aber du hattest recht, da kann nie spielschief gehen. Kommunisten, Nazis und Neger in der neuen Allete. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Man kann Überraschungs-Arsch-Fick mit akutem Darmverschluss zusammen essen. Ich hoffe ja nicht. Man kann alles essen. Erstmal zu Pennien, dazu etwas Routena, okay. Ich habe in den ganzen Essen auch Gandalf reinmischen können, also es wäre vielleicht doch ganz lustig gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank.